Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe euch geht's gut. Was zur Hölle ist da mit dem Schatten hier rechts los? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Last Light. Warte mal nicht zu einer neuen Folge, sondern zu einem neuen Game The Last Light auf diesem Kanal. Ja, ich hoffe euch wird's gefallen und wir stürzen direkt hinein nach dem Intro. Hey Leute, ich wollte euch einfach mal sitzen, okay? Ich habe meine Momin nicht zu kommen, jetzt, so wirklich, nicht wie letzte Mal. Do you know how embarrassing das war? Wir haben nur die Koffer. Aber ja, es ist eine riesige Worte jetzt. Wo ist Blizzard of the Century? Und natürlich wird es auf deinem Geburtstag. Es ist okay, es ist okay. Mom sagt, sie wird bald heute Abend zurück, damit wir uns feiern können. Und ich bin sicher, Dad wird es auch machen. Okay, ich werde dich in ein bisschen sehen. Happy Birthday, Lucas. Love you. The last light. Hello? Anybody out there? Chapter 1. Es gibt mehr da Chapter, das ist gut. Das heißt, in the dark heißt es Chapter. Das heißt, es könnte ein Game werden, was ein bisschen länger hier geht. Oh Gott, das ist so eine Taschenlampe, die wir immer wieder aufladen müssen. Das wird lustig. Okay, hier kommen wir nicht lang. Wir müssen mich hier lang. Mülltonner. Sieht ja schön aus. Plus F. Johnson. Mitchell. Guys, answer me. Is anyone there? Is anyone out there? Someone respond. Please. Can anyone hear me? Please, please. Just pick up the radio. Just pick up the radio. It looks like it is. Come on. Talk to me. I'm not required to be. We'll be right back. You'll be right back. Wir müssen uns nicht mehr zu tun. Someone respond. Please. Oh no. Come on. Talk to me. Yeah, wo ist denn der radio? Oh, hier ist er. Ja, ich bin da. Und wo ist ein Radio hier? Ich muss sehen, wir werden dort woher. Okay, wo ist ihn? Hey, was ist das? Come on, talk to me. Is anyone there? Haben wir irgendwas überwürgt? Please, please, just pick up the radio. Ja, boy, warte. Oh, das müsste so funktionieren. Come on, talk to me. Oh, yeah. Is anyone there? Okay, da ist ein Radio. Das ist gut. Das ist gut. Danke, Gott. Somebody picked up. Das ist gut. Ich bin da. Das ist gut. Ich bin da. Ich bin da. Ich muss mich auf. Okay, was ist da? Was ist da? Es ist nicht sicher da unten. Es ist eine Lockdür in fronte von dir. Der Code ist 1623. Geht da so schnell wie du kannst. Okay. Gotts. Okay. Okay, dann gibt der Typ und sieht den Anweisungen in die... Ich weiß nicht, ich will da... Alright, now I need you to make your way to me. There's an elevator fairly close to your location. I'll guide you there. Slow down. Who are you? And he's going out there. Sorry about that, but it's not safe down there. My name's Greg. What's yours? I'm Sophie. Alright, Sophie. There's something in the subway and it's killing everybody. Wait, wait, what do you mean something? What sort of thing? Look, I don't know what it is or where it came from. It's roaming around and it's dangerous. But I think I've discovered its weakness. The thing's afraid of light. If you can shine a light on it, it'll run away. And if you're standing somewhere lit up, it can't get to you. That's the road flares. What are those doing down here? That's weird. Someone from security must have dropped them. They might actually come in handy. You know how to light them, right? It's a friction fuse. They're a bit difficult to light on the first try. Yeah, I know how to use them. I'll bring them with me. Sounds good. Keep an eye out for more. I'm in the large room now. Great, you're almost there. The elevator should be up ahead on your left. If you take it to the third floor, it'll be a straight shot from there. Okay, see you then. Oh shit. Oh no. Oh my god. What? What's wrong? The lights. They all just went out. Oh shit. Turning on the elevator must have overloaded the circuit. You need to get them back on immediately. But how? Right. Let me look. Okay, there's a room with a glass window pretty close to you. You should be able to see it. Inside that room is a breaker box. Okay. You can use it to reroute power to the elevator. Go around and there'll be a door. This one also needs a key code, which is 4815. 4815. 4815. Got it. 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 What's happening? Sophie? Are you alright? Sophie? Yeah. I'm fine. It almost got me. I was unlocking the door and it just, it came out of nowhere. Would have killed me if the emergency lights hadn't come on. Well, I'm glad you're alright. But now you need to get that elevator working. You should be near the breaker box. Hey, what's this? Ah! 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 Oh, oh, oh! Where's the Dusk? Ah! 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 I see. Yeah. Akan. And. Oh mein Gott, krasse Scheiße, bevor wir da rausgehen möchte ich erstmal meine Taschenlampe aufladen, ok, erst mal brauchen wir hier keine Sie sind nicht weit entfernt, zu Ihrer Seite, Sie müssen ein paar Subway-Trens sehen, und wir werden einen zu Patterson finden, um sie zu finden. Das klingt wie ein Plan, wo Sie jetzt sind? Ich bin gerade in der Kommand-Center, einfach nach der Halle. Oh, ich liebe Cari-Trens. Ich glaube, ich bin nahe. Follow the hallway, ich bin in der Raum auf der Seite, und... What ist passiert? Shit, es ist die Laisen hier, und sie gehen Haywire. Hang on, Sophie, ich werde sehen, was ich kann von... Take it! Gregg? Gregg, bist du okay? Gregg? Oh Gott! Oh Gott! Oh no! Dammit! Why? This is getting old now. Gotta keep moving. It's not safe here. This can't get any worse. What the fuck? Fuck my life. What the fuck? No, 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 no! No, no. Please. I should have to. Boah, ich muss eine Pause machen, echt, ich bin angespannend. Okay, das Ding ist weg. Oh, was ist das? Da komm ich. Da, guck, da muss man da an. Da, guck, da muss man da an. Was ist das so? You have one. You have two. Three. You got it ready? You got it ready? You got it? Yeah! Yeah! Is this so close? Yeah! Die geht nicht auf, die geht nicht auf. Ich sehe doch gegen das. Oh nein, jetzt muss er das. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Wir müssen die Tür hier aufkriegen. Ich weiß nicht, wo er ist. Okay, ich weiß nicht, wo er ist. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab keinen Plan, wo lang. Meine Lieben, ich würd' mal sagen, machen wir da beim nächsten Mal weiter. Ich werd' aus dem Game jetzt grad einfach nicht schlau. Ich glaub, ich versuch' gleich ein paar Sachen aus und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Ich wünsch' euch einen schönen Abendtag. Keine Ahnung, wann es hier schaut. Haut rein, macht was draus und tschau. Ich hab keine Ahnung, wann es hier schaut.